Der Titel ist ja schon mal sehr generisch. Klar, in den 80er und in den frühen 90ern war Ninjas natürlich immer gern gesehen und angesagt. Aber was genau soll uns hier erwarten? Ein Shinobi-Klon oder ähnliches? Lasst es uns zusammen herausfinden, was taugt Ninja Boy für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von Culture Brand entwickelt und auch 1990 weltweit veröffentlicht. Es basiert auf dem Super-Chinese-Franchise, das vorher zwei Spiele auf dem NES hervorgebracht hatte. Ninja Boy ist im Kern ein Action-Adventure, das aus einer Art isometrischen Ansicht gespielt wird. Zu Beginn des Spiels übernimmt man die Kontrolle über den Titel-Game der Ninja, der durch verschiedene Level rennt, springt und kämpft. Wie für so einen frühen Titel also eine normale Prämisse. Einfach ohne viel Schnickschnack. Die Steuerung ist einfach und präzise. Man kann springen, angreifen und spezielle Fähigkeiten einsetzen, die man im Laufe des Spiels erlangt. Darunter ist zum Beispiel ein Miracle-Kick, den ihr beim Springen anwenden könnt. Die Kämpfe an sich sind recht knackig, wobei die gerne etwas deftiger sein könnten. Das Gefühl, einen Gegner wirklich getroffen zu haben, ist leider nicht immer da. Hier hätte man vielleicht auf der Sound-Ebene oder so etwas besser gestalten können. Ein centrales Element von Ninja Boy ist das Upgrade-System. Während des Spiels sammelt man Münzen und andere Gegenstände, die als Währung für Upgrades dienen. Diese Upgrades verbessern dann die Fähigkeiten des Ninjas, wie etwa stärkere Angriffe, höhere Sprünge oder eine bessere Verteidigung. Es gibt auch spezielle Power-Ups, die temporäre Vorteile bieten, wie Unverwundbarkeit oder stärkere Angriffe. Die Gegenstände bekommt ihr ganz einfach, indem ihr die verschiedenen Steinblöcke kaputt haut. Dazu gehören Münzen für Upgrades, Herzen, die natürlich eure Gesundheit wieder auffüllen, Sterne, die die Punktzahl erhöhen und das Beste vielleicht, Schriftrollen, die euch für eine gewisse Zeit Sonderfähigkeiten bringen. Es gibt noch mehr sogar. Schlüssel können euch nochmal zu Warp-Zonen oder Bonus-Level führen. Also ihr merkt also im Zweifel immer erstmal alles unboxen und später nachfragen. Okay, soweit also zu den Grundlagen. Was müsst ihr jetzt eigentlich tun? Im Prinzip ganz einfach, so viele Gegner wie möglich bekämpfen. Wenn ihr das erledigt habt, öffnet sich ihr ein Tor und ihr kommt das Level weiter. Am Ende einer Welt erwartet euch natürlich klassischerweise einen Boss. Ein Passwort-System oder ähnliches gibt es leider nicht, was vor allem bei der recht hohen Levelanzahl und den hohen Schwierigkeitsgrad wirklich schade ist. Aber das ist wahrscheinlich den frühen Erscheinungsdatum zu schulden. Zusammengefasst erwartet euch jetzt stimmiges Action-Spiel aus der Top-Down-Perspektive. Technisch gesehen ist Ninja Boy nach solide umgesetzt. Die Grafiken sind für die Game Boy Anfangszeit detailliert und die Animationen sind flüssig. Das Soundtrack ist eingängig und passt gut zum Ninja-Thema, wobei er keine großen Auszeichnungen gewinnen wird. Es fällt aber auch jetzt nicht wirklich negativ auf. Was taugt Ninja Boy für den Game Boy heute noch? In meinen Augen ein solides Action-Spiel, das sehr gut in die Anfangszeit des Game Boys einfängt. Das Upgrade-System macht Spaß, aber ich finde leider den sehr hohen Schwierigkeitsgrad auf der Uhr dann doch sehr nervig. Aber auch das ist ja so ein Relikt aus der Anfangszeit des Systems. Das war ja nicht gerade unüblich. Wenn ihr also ein solides Action-Spiel haben wollt mit allen kleinen Schwächen, könnt ihr hier zugreifen. Aber es gibt natürlich besseres. Das war Tessu Ninja Boy für den Game Boy, wenn es euch gefallen hat. Ihr fantastische Menschen, denn wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.